Ich habe die 24.000 Aufrufe durchgebrochen. Wow! Yo, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich würde mal sagen, schaut euch das mal an. Ich habe die 24.000 Aufrufe durchgebrochen. Wow! Mein Kanal, also dieser Kanal, hat 25.000 Aufrufe erreicht. Das mag im ersten Moment nicht groß kriegen, aber es ist groß. Denn die Relation zwischen meinen Aufrufen und meiner Abonnentenanzahl ist doch dadurch sehr hoch. Und das macht mich natürlich sehr, sehr, sehr stolz. Ich danke also allen Personen da draußen, die sich die Zeit genommen haben, um meine Videos anzuschauen, um sich den Kanal anzuschauen und vor allen Dingen meine Videos zu liken und so weiter und so fort. Und das macht mich sehr, sehr, sehr stolz. Ich habe also jetzt gute Motivation, dass ich diesen Kanal hier weiterführe, dass ich immer wieder viel Arbeit in diesen Kanal hier reinstecke, damit dieser Kanal hier auch wirklich gut wirkt und somit sich auf dem Laufenden hält und die Qualität natürlich bei behält. Das kann ich leider geldtechnisch und kameratechnisch nicht immer realisieren, aber inhaltlich auf jeden Fall und deswegen macht es mich stolz, dass doch dieser kleine Kanal so viele Aufrufe bisher erreicht hat und dazu natürlich ein fettes, 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 fettes Dankeschön an euch da draußen, damit ihr das möglich gemacht habt. Und das macht mich wirklich sehr, sehr, sehr stolz. Und ja, ich habe es schon gesagt, die Motivation ist gestiegen und ich werde mein Bestes tun, immer weiter Videos zu produzieren. Aber das kann immer mal wieder in unterschiedlichen Verhältnissen passieren, denn ja, YouTube ist halt eben nur ein kleiner Teil meiner vielen Hobbys, die ich ausführe. Und deswegen ist der Zeitanspruch halt nicht immer gegeben und deswegen muss ich halt schauen, damit ich die Zeit finde, um diesen Kanal hier weiterzuführen. Aber das wird demnächst auch passieren. Ja, das war es eigentlich schon, was ich quasi für dieses Video hier sagen wollte, aber ich habe noch eine Bitte. Tut mir doch einen großen Gefallen und abonniert diesen Kanal. Gib mir ein Like und schickt mir Kommentare unten in den Kommentarboxen. Und es wäre auch sehr nett und angebracht, wenn ihr diesen Kanal hier teilen würdet. Also teilt diesen Kanal zu jeglichen Leuten, die ihr kennt, die YouTuber sind. Und ja, ich möchte mich nochmal in aller Form bei euch da draußen bedanken, dass ihr es mir möglich gemacht habt, diesen Kanal auf diese Aufrufeanzahl zu bringen. Und dafür noch einmal und ein letztes Mal ein fettes, fettes Dankeschön. Ja, also macht es gut. Ciao.